So, wir sind hier am Bienenstand bei mir zu Hause. Heute ist der 15.10.2016. Heute ist wahrscheinlich der letzte schöne sonnige Tag. Wir dürften hier 18, 19 Grad haben. Sehr guter Flugbetrieb, den hatten wir schon seit Tagen nicht mehr. Das ist ein reiner Ablegerstand, der wurde dieses Jahr umstrukturiert. Und hier habe ich eigentlich nur noch hochwertige Königinnen, alle von diesem Jahr. Mit drei Reinzucht-Königinnen. Und denen werde ich dann 2017 nachziehen. Wirklich ein Bombenbetrieb heute. Es wird viel Pollen eingetragen. Sind alle noch voll in der Brut. Ich denke, das war's. Jetzt geht's bergab mit dem Wetter. Bei mir haben wir bis 4-5 Grad morgens schon. So, das war's. Und tschüss.